Wir sind noch ein paar Tage gerade schon fertig. Unterwegs haben wir immer einen Grund, dass die Liste vielleicht komplett ist, bevor unsere Asche verschwindet wie der Puls. Ein paar Tage kann der Geiss immer noch die Chance, doch unsere Pläne gehen manchmal nicht auf. Und wenn meine Liste keine Geschichte erzählt, ist es egal und ich gebe es leer wieder zurück. Bis dann habe ich meine Bucketlist, meine das Beste kommt am Schluss. Ich habe meine Marathon gemacht, aber ich kehre wieder um. Während ihr euch die Runde spielt, setze ich eine aus und verreisse meine Liste in die Luft. Dann sehe ich die Zeit, die ich hatte, hast du auch ab in den Shit und ich habe gerollt. Homie, hast du geraucht und alles, was ich habe verpasst, hast du für dich gemacht. Und wie du meinst, ich habe es nicht besser als du gehabt. Ich habe keine Weltreise gemacht, nicht falsch im Springen, der K2 nicht auf dem Plan. Ich habe keinen Sprung von der Stahlmauer gemacht und bin weit weg vom Preis für die Zivilcourage. Und wenn du mal ein bisschen Zeit hast und du mal ein bisschen Zeit nimmst, dann sagen alle Bilder in meinem Fotoalbum etwas anderes als deine Liste. Und wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann blätterst du weiter. Und alle Bilder sagen, nein, ist nichts mehr auf leeren Seiten, so leeren wie meine Liste. Und wenn unsere Liste dann irgendwann komplett ist, dann haben wir keine Zeit mehr. Und alle Geschichten in dem Fotoalbum, die sagen uns nichts mehr. Wenn mehrere Seiten am Ende mehr als alle würden zusammen bedeuten, dann haben wir keine Zeit mehr, haben wir keine Zeit mehr, wieder zurück. Ja, und sie sagen, dir kann es losgehen. Kickt und packt eine neue Sprache vor. Handeinander beschwiegen, hat eine scheisse Grammatik. Über heisse Kolle gelaufen, bei mir zahligen Machen. Jeder Kontinent gesehen, okay? Ähm und Frauen. Das Testament, das neue Buch, das ich schreibe. Und mein letztes Kapitel ist Havanna in Havanna trinken. Und bevor die mir sagen, was mir noch fällt, leg die Liste weg, weil meine Seiten sind leer. Ich hab keine Weltreise gemacht, ich bin Basket spielen gegangen, den ganzen Tag gekifft im Park. Ich hab keinen Sprung von der Staumur gemacht, aber trotzdem hab ich mich gefühlt wie im freien Fall. Und wenn du mal ein bisschen Zeit hast, und du mal ein bisschen Zeit nimmst, dann sagen alle Bilder in meinem Fotoalbum etwas anderes als deine Liste. Und wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann blätterst du weiter. Und alle Bilder sagen, nein, ist nichts mehr, auf leeren Seiten. So leer wie meine Liste. Und wenn unsere Liste dann irgendwann komplett ist, dann haben wir keine Zeit mehr. Und alle Geschichten in dem Fotoalbum sagen wir es nicht mehr. Wenn leere Seiten am Ende mehr als alle würden zusammen bedeuten, dann haben wir keine Zeit mehr, haben wir keine Zeit mehr, wieder zurück. Jupiterjob filledます und bei uns die Zeit mehr, wenn wir keine Zeit mehr heragen haben, immer ein paar J er kinder dane- Psrog bei uns auch immer gave ich Professional ошиб, Vielen Dank.